Ich bin die Emma. Ich bin nicht da. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Ich liege im Bett und bin krank und kann nicht bei euch sein. Und das tut mir so leid. Na ja, also. Ich liege da jetzt in Schnupfing, äh Müdling und bin ganz traurig und hoffe, dass ich so bald wieder bei euch sein kann. Ich glaube, ich würde euch jetzt anstecken, wenn ich bei euch wäre. Das wäre auch nicht gut. Also schickt mir bitte den Jufa-Doc möglichst bald vorbei und dann bin ich hoffentlich, äh, tschi, wieder bald gesund. Also bis bald. Baba.